Herzlich Willkommen zu einer Folge von Karte E.V. von Thüringen, allen schönen Montag, hoffe ihr habt morgen eine Sitte verlegt, ich auch, nehm ich mal an, wenn die Folgen laufen, ist schon mal 5 Tage vorbei. So jetzt ist Feldnummer 13 Stück dran, Mission Pässe. Dann haben wir Feldnummer 11, Mission Pässe, Aussaat Mais und Mission Pässe 15, Aussaat Weizen. Das heißt 15, 15, 15, brauchen wir noch ein bisschen. Das bedeutet, wir können uns ein bisschen um die Kühe kümmern. So, solange der Trigger hier im Stall ist, ja die Kühe wollen auch nicht mehr so haben, Völler sind mehr drinne. So, jetzt haben wir den Rücken schon da. Hier ist wieder Mistig, gleich aufrollen. Da, puh. Ach, Wasser ist drauf. Ja, ich denke mal die anderen Ställe haben wir Wasser am Ende. Und hier ist es ein bisschen anders, aber das macht nichts. Erst mal Wasser. Oder haben sie gerade gekriegt? So, die Erdruck nicht eh. Den Stroh haben sie auch noch, aber Stroh, da muss ich mal kurz überlegen. Hier haben wir nun fast auch unser Wasserbehälter, wo wir auffüllen können. Fangfang auffüllen können. Ja, dieser R und E haben sie hier auch Wasser. Ja, müssten wir hier auch noch Wasser gehen, ne? So. Also das, das sollen ja Jungländer sein, ne? Und zwar männliche Tiere. Und die haben alle Euter. Das liegt aber an LS, die gibt nicht mehr, äh, Tiere. Und zwar nicht an die Tiere. Und zwar nicht an die Tiere. Und das hat eine schöne Errungenschaft für die Nächste. Zunächst alles. Tiere mit Wachstum. Ne? Mein Se Berlin ist hier oben geboren und , und wächst mit der Zeitraum! So, wenn wir das Eis kurz zusammen machen, dann haben wir da noch ein Baby worked in der Haare. wieder einfangen müssen. Gut, in dem Alter geht es noch. Jetzt können wir gleich in unser Futterbeschrochen. Das hat sich als Mist, als Teichkraft, Tillage, auch so. Wenn wir einen Checker hier suchen. Da ist hier irgendwo. Ups, da haben wir ihn. Da habe ich auch lange gesucht. Aber wir haben es gefunden. So. Das ist mein Licht. Das ist halb 8 Uhr und es geht Licht an. Das ist wie ein Staubsauger. Ich habe ihn in einer geschriebenen Forum, dass man ihn nicht putzen kann. Ich glaube nicht ganz. So. 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 soo, ein Heu das ist ein Heu gut, da ist ein Heu Stroh drin das soll sie ja nicht machen jetzt sehen wir unsere Kühe auf der Show zwar in dem Bereich wir haben uns erkannt soo, wieder ranzoomen zoom 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 aber wir werden gleich wieder aufwarnen die kann auch beseitigen und extra zum Händler fahren und was anderes holen mit dem Stroh aber wir dachten auch noch nicht oh 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 und dann fahren wir zurück und kippen das Heu wieder aus soo also Stroh da drinnen ich baue hier die Kühe alles weg vielleicht noch eine verkehende Moros soo soo Heuzenhafen ist Stroh und rein und rein und dann kostet die Kühe bauen wir gut, dann haben wir noch zwei Strohwellen das ist die Lage zwei drei kommen und zwei kommen nicht weit das sind 8,5 Meter aber immerhin ne so soo 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 das ausmachen Mist haben wir keine ok ok der hat vorne eine Mistgabel und das geht soo sehr schön wendig und klein das passt in jeden Fall mal lieber nicht rein mal lieber nicht rein so mal schauen ob wir hier unseren Strohwellen auf dem Gabel schieben die Lage die Lage naja ich glaube die Lage herkommt noch mal hab ich nie träumen lassen zum L.A.11 hat man sowas hier recht machen kann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der wollte nicht bleiben Na? Ja, das ist eigentlich ein Mistgabel, normalerweise So, jetzt ist es gehen So, jetzt ist es ein Mistgabel, normalerweise So, jetzt ist es ein Mistgabel, normalerweise So, jetzt ist es ein Mistgabel So, aufziehen wir uns! So, jetzt können wir mal Stroh gehen Andern Stroh Da oben Oh, da oben 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 sehen links Und oben réseis auch Das war's für heute. Ja, ich wünsche den Stau kaum mehr. So hol sich der Arie von anderen ein. Das werden wir gleich machen. Ja, wir haben den Glück heute zu liegen, lose. Oh, führig, aber jetzt. Halt ein bisschen aufräumen, wie sie waren. So. 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 Okay. Eben, wir haben noch ein 15. Jetzt haben wir noch ein 15, aber dann haben wir schon mal ein Problem. Das ist der erste oder der zweite? Ah, ich bin der letzte. Mal gucken. Wenn er runterfährt, wird er von oben kommen. Runde. Er macht alles mehr arbeiten, wie er soll, aber ich hoffe es. Hier wird natürlich auch aktuell und nicht passend. Sonst geht der vorne an. Wir werden noch kurz dabei bleiben. Ja, so eine Runde ist jetzt fertig. Passt. So liebe Schauer, das war es heute gewesen. Soll ich mich reitschauen. Ich habe mich gefreut, dass ich reingeschaut habe. Danke dafür. Dann seid mal schüße, linke, linke. Ciao, ciao. Morgen geht's weiter. Vielleicht habe ich noch wieder rein. Tschüss. Tschüss.